Hier habe ich dann das mega Regal reingetischlert. Das ist essentiell für die Nacht und sozusagen einen kleinen Lattenrost. Solarpanel fetzt rein. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und jetzt kommt die besagte, die versprochene Roomtour vom Festivalaufbau von uns. Das ist unser Schlafgemacht, würde man sagen, mit einem mega Regal drin. Aber da kommen wir jetzt noch dazu. Dann zeigen wir euch das ganze Setup, was wir hier mit haben, mit Kühltruhe, Solarpanel und so. Und ich hätte gesagt, weil wir schon hier sind, starten wir gleich beim Auto. Es ist Tag drei, es ist letzter Tag vom Festival. Deswegen sind jetzt hier schon weniger Leute. Auf jeden Fall, hier haben wir ein mega Regal. Hier haben wir ein mega Regal. Von der anderen Seite kommt man eben vom Bett raus, aber hier ist ja die Matratze. Deswegen haben wir da noch eine kleine Verstauungsmöglichkeit für die Drohne und für Kabel, die eigentlich dann nach vora kommen. Kommen wir nun zum Inneren vom Auto. Man hat eine Liegefläche, es ist sehr diebe, man hat eine Liegefläche von ungefähr 1,80, knapp 1,80. Das heißt, ich passe perfekt rein und meine Freundin auch und dann können wir schlafen. Natürlich der beste Begleiter, der darf natürlich nicht fehlen, denn ohne den, es geht einfach nichts ohne den. Hier habe ich dann das mega Regal reingetischert. Die Kenner wissen es, ich bin ja Tischler. Das ist natürlich ein absolutes Meisterstück, dieses Regal. Und da haben wir eben alles drin. Hygiene, Hosen und alles, was man eben so mit hat. Klobappier, Teller. Dann haben wir hier Licht. Dann haben wir natürlich eine Pflanze, es muss natürlich auch alles gleich schauen. Und Handtücher und alles mögliche, was man eben so mit hat, ist im Regal drin. Das heißt, wir haben eigentlich nur die Kühlbox und das Solarpanel, was vor dem Auto ist. Alles andere ist drinnen. Und jetzt schauen wir einfach mal ins Pavillon rein. Und wir gehen einfach, hier gehen wir hinten durch. Nein, gehen wir vorne durch. Dann ist das die originale Experience. Freunde, dann haben wir hier Solarpanel, immer mit zur Sonne ausgerichtet natürlich. Und das Ganze läuft dann, das originale Eintreten, in die Chill-Area von Flussmettern. Was glaube ich denn? Solarpanel fetzt rein in den Generator. Und da ist dann die Kühlbox drinnen. Und die muss natürlich immer randvoll und gekühlt sein. Und Schokofresh dürfte natürlich auch nicht fehlen. Schokofresh, oder? Das Beste. Dann haben wir mit. Ein Glaskanister, wie schon erwähnt. Kommt man für zwei, drei Tage gut aus. Und dann haben wir immer hier oben Bluetooth-Box drinnen und vom Kollegen von Valentin die andere Bluetooth-Box. Sie haben Surround im Pavillon drinnen. Dann sitze ich meistens hier, immer in einer guten Entfernung vom Mistkübel weg, damit man selbst nichts weg haben muss und die man das anderen Leuten geben kann. Ansonsten, ja, es ist glaube ich relativ unspektakulär. Man sieht jetzt hier ein Licht, das ist essentiell für die Nacht, um ein bisschen was zu sehen. Läuft auch mit Solar, das ist hier. Und ist mit Bewegungsmelder, das heißt, komm mit Idioten sicher, einfach bewegen und du hast Licht. Damit man eben kein Licht hat, haben wir hier die Frostschutzfolie, könnte man sagen. Karton, perfekt eingeschnitten. Das ist vielleicht nicht gerade das beste Bild, aber jetzt ändern wir auch nichts mehr. Der passt normalerweise gut und ist immer geil finster. Dann, wie schon gesagt, hier geht man, hier betritt man das Auto, wenn man schlaft. Das Kofferraum ist normalerweise zu. Und dann kann man hier manuell die Luft regeln und es ist ein Gelsengitter, perfekt professionell angemacht hier. Somit kann man ohne Bedenken eine Nacht im Auto verbringen oder mehrere. Dann haben wir hier unten drinnen die Schuhe. Unter dem, hier sind ja Platten drunter, damit das alles hält. So einen sozusagen kleinen Lattenrost. Auf der Seite haben wir immer Schuhe und auf der anderen Seite haben wir immer die ganze Schmutzwäsche rein. Pavillon ist mega praktisch, brauchst du. Speziell wenn es regnet oder heiß ist, auf jeden Fall brauchst du immer. Haben wir vier Seiten, wenn du wie schon seht, einfach drüber schmeißen. Richtig geil. Dann haben wir hier eine Tür und es ist einfach ein Pavillon, die man so zusammenklappen kann. Das ist ein Pavillon halt. Die Kühlbox läuft natürlich immer mit Solarenergie und einen Tisch haben wir dabei, einen Tisch brauchst und da ist meine Nahrung drinnen, damit da keine Ameis und so reinkommt. Sitze haben wir natürlich nach vor geklappt, sonst geht sich das mit der Länge nicht aus, aber es passt voll. Und jetzt geht es ans Abbau und denn es ist Tag drei, vielleicht bin ich auch ein bisschen zerstört, vielleicht sehe ich ein bisschen zerstört, das könnte sein. So ist es. Ich hoffe euch hat dieser Teil, dieser Live-Teil hier, wie das wirklich alles aussieht, ein bisschen gefallen. Vielleicht hat der eine oder andere Inspiration vielleicht auch mit dem Auto. Auto ist auf jeden Fall zehnmal besser wie im Zelt schlafen und wir sehen uns dann gleich beim nächsten Video wieder. Was jetzt nicht angekündigt, weiß nicht was was ist. Passt oder?